Da liegen Sie in Ihren Zellen, in Ihren Kuben, in Ihren Schachteln. Sie brauchen ein Gefäß für Ihren müden Körper in der Nacht. Wenn einfach alle aufhören würden, wenn Sie mal aufhören würden, sich so anstrengen, da wird einem ja schon vom Zusehen schwindelig. Das müsste Ihnen mal einer sagen. Ja, aber wer? Vielleicht wir? Ops, bin ich im Wohnzimmer. Und das hier ist auch gleichzeitig das Schlafzimmer. So kann ich immer an mehreren Orten gleichzeitig sein. Ich weiß doch, wie ich auf einem Kindergeburtstag war und alle wurden gefragt, was sie mal werden wollen. Ich habe gesagt, ich möchte einmal Millionär werden. Dann hatte ich den Job und seitdem tue ich so, als würde ich arbeiten. Und einer hat gesagt, ich soll mich verpissen. Das hat er nicht. Ich habe eine Bananenstaude. Wenn ich mich hier verstecken würde, hätte ich keine Bananenstaude mitgebracht. Ja, okay. Du bist das Feindbild. Was ist denn das für ein Projekt? Wohin? Wohin? Wohin?